so hallo wir geiler safestate geiler safestate wow wow scheiße warte hat das nicht gespeichert nach dem schloss kriegt die krise ja jetzt habe ich nur fünf lebt dann hier noch mal kurz ich glaube das war hier aber schon der letzte hier jetzt ist er tot echt geiler safestate die nicht da gesetzt haben muss man schon sagen da hat mich der nico natürlich wieder so abgelenkt dass uns so hier haben uns die kodex wir machen aber erst mal erst mal hier 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 ist das erste was man nachholen müssen das heißt nachholen wir haben sie nicht verpasst in dem sinne wir haben es ja nur ausgelassen die haben wir gar nicht wir haben es einfach nur die reihenfolge umgeändert so tut du ob es nach jemand für mich heute zum zahnarzt gehen ich zahle gut so schlimm ist das auch nicht nach hilfe was mache ich denn ich bin schon wieder total bekloppt aber aber ich darf heute bekloppt sein weil ich bin immer noch so ein bisschen krank irgendwie also irgendwie bin ich wirklich ein bisschen krank ich hatte jetzt heute und gestern hatte ich dingens und heute ist heute ist freitag übrigens also falls das video zuerst sonntag kommt ich weiß gerade nicht lasst mich kurz rächen lade ich erst koop hoch oder lade ich erst das hier weiter ich glaube ich lade erst das hier weiter und koop 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 kann ich ja parallel beziehungsweise ja ja natürlich das wechselt sich dann einfach für der täglich ab mit koop koop sind ja nur drei parts so beziehungsweise wir was wollte ich eigentlich sagen ich wollte sagen dass ich ein wenig kränkele denn ich hatte also das wisst ihr schon dass ich kränkele aber ich habe jetzt die bestätigung quasi was das heißt die bestätigung ist es keine bestätigung wenn man nasenbluten hat aber vielleicht wenn man es nein den tag danach gleich wieder hat dann vielleicht schon nein ich habe mich nicht geprügelt oh verdammt aber es sah so aus kriege ich das irgendwie mein gott was mache ich mich hoch danke so ich hoffe nur umschuldigung das möchte ich nicht in der aufnahme eigentlich haben wir nase hochziehen ich hoffe nur aber ich habe mir gerade richtig richtig schützt wenn ich mich schnäuze wenn ich mir schnäuze dann direkt wieder anfängt zu bluten deswegen bin ich froh wenn das jetzt gerade wieder aufgehört hat das heißt gerade aber wenn es jetzt halt gerade erst wenn es jetzt vorbei ist und das muss jetzt nicht gleich wieder anfangen so war auch super damit zu telefonieren in der firma muss ich sagen war ich kann mich gar nicht auf das level konzentrieren das level ist ganz cool hat eine schöne grafik ist ganz schön aufgebaut gefällt mir wie gesagt im moment gefällt mir es ist natürlich gut habe ich ja schon im letzten video gesagt hui ja komm wieder runter bitte danke so spule spule und machen sie gut exit level ah ja ja ich erinnere mich das ist nur mit zentor ne es ist nicht schweiß ich wieder rein nein okay dann machen wir erstmal dat hier gehen wir erstmal in die richtung belegt gerade ob ich ich wechsle mal zur glume ich glaube die ist wesentlich hoch wesentlich effektiver hier als die fehler man muss hier irgendwie das war so ein kleines liberind glaube ich wieder also doppelt und dreifach weil wir wegen es gibt normal exit und es gibt ein secret exit musste man hier nicht auch joshicoins nach danke die weg danke mach danke drückt danke lass mich durch so wir folgen mal den münzen die münzen gefolgt war hier unten noch was mit welcher die münzen die münzen ja auch hin yo 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 so gehen wir mal hier durch hier war eine joshicoin ich habe irgendwie den eindruck man musste hier joshicoins sammeln aber ich bin mir nicht mehr sicher war war aber wenn dann wahrscheinlich eh nur für den secret exit das heißt wir können ja auch erstmal den normal exit machen nee ist ja alles kein ding so da 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 die ups wann haben wir denn die aufnahme gestartet ich habe mein handy gerade nicht da ich glaube um halb ungefähr jaja um halb haben wir gestartet ich glaube um halb haben wir gestartet so und so ach guck mal ein block ein schwimmblock wiii 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 ähm ja geh durch die wand uah okay so geht's auch hops und noch ein schwimmblock uiiii nioo oh ganz viele schwimmblöcke schön noch einer ach gehen wir erstmal durch die röhre hier ja ich starte dafür so yeahy dann sind wir draußen im scrolling abschnitt ähm und ich glaube wirklich man musste tschuldigung dass ich wieder huste naja ich glaube man musste wirklich ich hoffe dass ich übrigens nicht zu laut ist es rum aber es wird schon passen bisher hat sich noch keiner beschwert ähm ich glaube man musste wirklich die auch schon kann sammeln aber ich hoffe es ist nur für den ziel habe ich das nicht schon mal gesagt ich weiß es nicht kommt mir so vor wie ich das schon mal gesagt hätte oder ja oder da unten können wir bestimmt rein nö können wir nicht dann lass was eben sein wie sich das gereinnt hat dann lasst es eben sein und das war sogar ein rhein so jetzt warten wir hier bis die stachel wie ich vorbei ist und das ist jetzt die rollen die wir rein müssen ok alles klar alles klar also jetzt hier wo immer hier ist ich habe keine ahnung ach beim ziel super ja wie gesagt für den secret glaube ich brauchen wir alle joshicoins bin mir aber nicht mehr sicher wir kriegen leben die wenig brauchen so wir gehen gleich in den secret exit sonst vergesse ich es wieder und dann gehen wir diesmal erst mal hier lang ach so ja dazu sage ich jetzt einfach nichts ich dachte da konnte man irgendwie ich dachte da ist da ist schon das problem wie aber ich halte ich glaube man musste ich wüns auf jeden was mir die andere richtung gar keine frage das lerne ich aber auch nicht mehr so schießt und dann lasst mich durch danke hier ist nix nix aus dem video dann kann man auch zurück spüren so dank dann die habe ich nicht gesehen du viel so und runter okay also joshicoins holen suchen und worte war und am ende brauchen wir sie doch nicht aber wie es halt immer so ist hier sind keine ich glaube wir brauchten sie ich glaube wirklich wir brauchten sie und ich glaube wirklich dass wir dann durch diese röhre konnten in dem anderen an der anderen mit dem anderen abschnitt so zwei waren draußen zwei joshicoins waren draußen jaja genau ich erinnere mich zwei joshicoins war dran beziehungsweise quatsch also in dem abschnitt wo das ziel ist da kann man dann irgendwas mit den joshicoins anfangen ich glaube ich so rum sonst würde das ja gar keinen sinn machen denn die einen joshicoin kommt ja nach der röhre das mehr als schwarze schwarzen nein 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 ja fast nein ja danke so wie gesagt diese münzen hier die die füllen einfach da hoch ja die machen keinen sinn okay die sind halt einfach da da unten war glaube ich die erste joshicoin ne also wie gesagt drei zwei waren draußen drei brauchen wir hier sollte also hinhauen sobald welche drei haben kann ich raus kann ich den weg wieder nehmen wie ich auch schon vorgenommen so das war nummer eins nase du fängst jetzt nicht wieder an zu das wollen wir jetzt nicht du läufst du na das darfst du lauf aber nicht davon ich brauch dich so ob es war nein gehen wir mal hier unten ich glaube ich war ich vorhin nicht kann das sein schweiß ich mach jetzt ach leck mich na oh die blöde blätter der zessen sorry ich weiß ich selbst hätte gerade ein bisschen viel aber ich will meine sachen behalten so und das ist da ja auch so ein stopp hast du hier schon gut hier schon gut hier kann man bleiben stirb stirb na ist fisch wenn du nicht da wärst wär alles gut stirb nein gleich nehme ich die blume einfach okay 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 hier ist doch nicht die joshicoins zwei zeichen ich dachte man braucht die joshicoins aber hier waren wir auf jeden fall noch nicht so danke hier ach so hier ist die zweite kann ich wieder zurück ja da komme ich zurück ok nein 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 halt stopp ach bin ich ja gerade rausgekommen ich bin ja gerade rausgekommen da ich da ich bin ja auch bescheuert ne hier bin ich äh ok interessant aber wir gehen erstmal hier noch weiter weil wir gehen gucken noch nicht das ist dann die dritte das sind blaue blöcke das sind blaue blöcke hier müssen wir mit fünf joshicoins durch ich wusste man braucht die joshicoins ok gut 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 das heißt wir müssen den außenabschnitt nochmal machen und dann nochmal hierher zurückschwimmen das ist ja auch geil dauert ja gar nicht lang oder so ok let's do this ganz schnell bitte so hier war oh cool das ist praktisch höh 4 was wie aber draußen waren doch auch noch welche oder wie ist jetzt hier oh unter wasser kann man rutschen äh ok wusste ich gar nicht oder wusste ich das und bin nur gerade total bekloppt im kopf wie sonst auch kann auch sein stirb bitte einfach sag mal aber hier war doch auch noch irgendwo ne joshicoin vorhin gewesen oder nicht ich muss jetzt wirklich die einzelne da draußen holen ähm naja holen wir sonst bevor wir hier uns ewig ummehren stirbst du bitte einfach danke nein hier ist die 5 ok ok gut dann nicht die joshicoins draußen hab ich auch kein problem mit und hier sind ja zum glück schöne schwimmblöcke mit denen wir schön zurückkommen können schön schnell vor allem jay 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 und hier runter hat nicht ganz gereicht um ihn äh zu achso geht hier eh nicht so möge die piranha pflanzen wieder aus dem boden herauf ach ne tun sie nicht ok ja hoch hilfe hoffentlich ist das gleich zu ende hua hey wo ist mein stern von vorhin wieso hab ich überhaupt einen stern gekriegt oh oh mum ach den hab ich eingesammelt ne schade hier hätte man sich jetzt ganz viele leben holen können weil wegen hier kommt so ein torpedotet und 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 dann hätte man mit dem stern da hab ich den vorhin wirklich eingesammelt war ich so blöd na gut egal ja so machen wir noch nicht schon mal gesagt das hier machen wir schnell noch oh die musik diese musik diese musik sonic ice cap act 2 glaube ich oder act 1 weiß ich nicht aber ice cap auf jeden Fall oh ich liebe es das passt natürlich perfekt hier rein ich mein ice und so so war ein normales level ne keine keine secret exit kann ich ganz normal durch da kann ich gehen dü 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 stürmer er danke Mit ganz vielen Blöcken, die kaputt gehen. Juhu, so ist das schön. Sterbt alle. Sterbt, Blöcke. Sterbt. Nein. Mario ist kein Block. Mario muss nicht sterben. So. Music Change. Normalerweise habe ich nichts gegen Music Change. Wow. Aber sonnig ist weg. Na gut, dafür läuft Donkey Kong, ist auch gut. Ist auch schön. Aber trotzdem passt es atmosphärisch hier irgendwie gerade gar nicht rein. Gerade eben war es noch so schön schnell und jetzt, ja. Atmo Change plus Music. Und Fraps passt sich gerade einfach mal an. Und sagt, hey, ich mache dir alles schneller. Hallo, Fraps. Ist wieder gut? Danke. Fraps. Hallo? Das liegt aber nicht an dem Level. Das macht gerade wieder irgendwer was. Das letzte Mal übrigens, ähm, bei, ich glaube es war bei, bei der Demo, bei der Demo von, 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 von Skews Level. Äh, Skews, Skews Hack wollte ich natürlich sagen, bei der Welt 1 Demo also. Äh, da war ja auch so ein, zwischendurch so ein, so ein Gezappel mit der Framerate. Wo ich nicht wusste, was es ist, wo ich dachte, es ist Anti, wie Anti, wie war es ja aber nicht. Und, äh, kaum war die Aufnahme zu Ende Hab ich unten plötzlich, äh, gesehen Es war das Windows-Update Windows-Update hat sich da dann gemeldet Das kann also auch gerne mal, äh, hier den und so machen Aber jetzt gerade eben war es, glaub ich, einfach nur, weiß ich nicht War ja nur kurz, ist ja wieder alles gut So, du nicht Oh, hier brauche ich erstmal wieder einen Speed-Up Ach, ich hätte so einen blauen Block überall haben sollen jetzt Ach, ne, den nimmt er Nö, scheiße Okay, ich muss einen blauen Ach, hier liegt noch einer, super Äh, ne Besser hätte ich den nicht aufmachen können Juhu Au Kann ich da rein? Will ich da rein? Bitte nicht eine Usette durch Ja, natürlich bist du eine Usette What da? Ach Wow, was ist los? Wow, was ist los? Doch, Antivier vielleicht, mal gucken Ähm, sag mal, hier fehlt ja auch irgendwie Peacewitz Oder sind das normale Blöcke? Ne Okay Okay Ich weiß, dass ich zurück könnte Ich gucke aber, ob ich hier schneller finde Hey, sure Hier geht's nämlich runter Oder bin ich hierher gekommen? Ich weiß es gerade echt nicht Müsst du dich jetzt entscheiden, ob du schnell oder langsam läufst Spiel Ach, ne, hier bin ich hergekommen Scheiße Lalalala Ich weiß Bescheid So, ah, hier ist bestimmter Peacewitz drin Bräuchte ich einen Koopa Ein Koopa Du bist kein Peacewitz Aber Aber Du kommst mal mit, weil dann schwimme ich schneller Miau Bum 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 Aua Aua Dann müssen wir da oben entlang Ich habe auch kein Problem mit Ach, hier ist noch ein Block über Ui Da ist auch noch ein Peacewitz drin Äh Eben nicht Eben nicht Hm, hier ist auch nix Ach, wo ist jetzt der Peacewitz Ja Ist ja gut Jetzt komme ich doch gleich zu der Röhre, ne Ach, hier unten Bestimmt Na, hier ist er Mit Sicherheit ist er hier drin Na klar So, jetzt aber hier flott Fuck Hoffentlich ist das Level danach zu Ende Sonst habe ich schon Probleme mit der Zeit Ich muss ja mal gucken, ob die Röhre die Zeit resettet In dem Fall würde ich dann wohl doch mal zurückgehen Also röhrentechnisch Aber zum Ziel kommen wir auf jeden Also zum Zum Drücken kommen wir auf jeden Fall noch Ui Gib mir neue Zeit oder gib mir das Ziel Das ist noch nicht so ganz das Ziel Oh, das ist das Ziel Super Wunderbar Haben wir es für geschafft Und die ersten Sachen nachgeholt Ich bedanke mich fürs Zuschauen Und sage Tschüßen Äh, Tschüss Reicht eigentlich Und wenn wir mal wiederholt vont Ja, ich bedanke mich für die Ich bin bei mir Ich bin bei mir Ich bin bei mir Und dann dass ich mich für die